Ciao meine Damen und Herren, wisst ihr was gekommen ist? Gerne schlüffelt, gerne an Käsefü- Nein, das ist sowas nicht sch- Nicht in der Aufnahme schreiben, ich bin so hyped, als hätte ich 20 Holy getrunken, außer Verzeichen Holy in den Chat. Meine Güte. Wir flippen gerade alle so aus. Einfach weiter ausfippen, Leute. Arms Race ist zurück. Meine Damen und Herren, guckt euch mal die Maps an. Guckt mal, da sind sogar Bäume drauf. Der mir hat eben schon gesagt, das sieht so krank aus. Guck mal, die Conveyor-Belts, die laufen sogar. Die auf Deutsch halt, da wo das Zeug langfährt. Sowas ging halt damals bei Go nicht. Es war halt einfach das schlechtere Spiel. Ach du scheiße, Kredel, da schreibe ich sowas von rein. Alle flippen aus. Aber ihr werdet nicht glauben, was noch kam. Aha. Sticker-Placement, das ist mir scheißegal. Ich lese mal kurz den Text vor, für euch alle. Der Chat ist komplett am ausrasten. Stickers are no longer restricted to a few preset positions. Ihr könnt die also irgendwo hinziehen. And even rotate. Ihr könnt die rotieren. Und eine neue Case. Wie bitte? Demi, jetzt flippe ich aber hier, kriege ich aber gleich Ohrenbluten. Eine Kilowatt-Case, die total witzig aussieht. Im Chat könnt ihr weiter ausrasten. Guckt euch diese Skins an. Toni, die Dezazdre. Das habe ich aber schon mal gehört. Slack, Motorized, Ayumi, Cock, Eichel-Lord. Scheiße. Es hört nicht auf Just Smile. Guck mal, Goldwein sogar vor Freude. Guck mal, der Analplag. Es ist wirklich... Das ist Kredel. Die hast du dir immer gewünscht, oder? Skins sehen aus wie Arsch. Ähm, ich meine Hype. Guck mal da. Demi auf einem Zeus. Zeus-Kins. Leute. Das bangert ja richtig rein. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Alter, das ist... Ich gucke ja gerade auf die Hyperbis auf meinem Mauspad und denke mir, ja, ist auch gut. Absolut kronk. Ob die AK wirklich so gut ist? Wisst ihr, was mir dazu einfällt? Die neue Map. Terra. Das ist Terra. Bestimmt vom gleichen Erzeuger. 100 Pro. Und das Kukri-Kneif. Das Kukill-Kneif. Zeus-Kins. Aber es gibt noch mehr Sticker und Musik-Kids. So, jetzt habt ihr den Salat. Dann geht's noch den XP-Overload. Passt auf, das ist ganz interessant. Wenn ihr krass seid, habt ihr dieses Symbol, wenn ihr halt viel, absolut viele, da steht's erklärt, XP sammelt, dann habt ihr dieses Teil. Das zeigt praktisch an, wie krass ihr Counter-Strike spielt. Mehr spielen, öfter spielen, heftiger spielen ist gleich... XP-Overload ist Grete Lieblingsfeature. Also mein Moderator Kredl hat sich das privat, persönlich von Gapen gewünscht und es wurde ihm geschenkt. Er meinte, so ein Killfeed kann für ihn nicht überladend genug sein. Die Kredl. Kredl. Agony of Defeat. Mann, das Leben ist ganz schön gemeint. Kann man dir was Witziges sagen lassen? Ja, sie sagt vielleicht Scheiße. Er sagt, verdammt mich, noch im Mollen. Der andere weint einfach, der andere weint einfach straight direkt. Die Agenten haben jetzt nicht nur diese Gewinnsachen, das kennt man ja, diese... Was sie auch komischerweise, glaube ich, mitunter bei Looses gemacht haben, dass sie gesprungen sind und einfach so sich gefreut haben. Du hast verloren 13 zu 0, bei Go noch 16 zu 0. Wurde es, was ich, hardcore umgecheatet. Dein Account ist gebannt und dein Agent... Und jetzt gibt es noch eine Milliarde Release Notes, die ich nur ganz kurz überfliege. Arms Race, yay, Weapon Finishes, mhm, Sticker, okay, Musikkits und Toys und so weiter. Smoke. We love smokes. No cast shadows. Abgehakt. Ganz viel Gameplay-Kruschtel. Unter anderem bei Networking, Pickers Advantage gefixt. Pickers Advantage gefixt 2 und zum Dritten auch. Also absolut kronk. Und an der Ui-Misc wurde noch viel verändert an den Maps. Ich werde dazu gleich, ich renne das gerade so durch, weil ich dazu gleich ein In-Depth-Video machen werde. Also, dass ich mich mit dem Ganzen etwas nochmal krasser befassen werde. Aber wir dachten uns jetzt im Stream, können wir einfach mal kurz eine kleine Weile uns gönnen und dieses Update schon mal so durchgehen. Absolut kross, dass hier mal jetzt was geliefert wurde. Und man kann jetzt auch 5 Sticker auf eine M4 packen. Das Ganze haben wir gerade, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen konnte, im Stream aufgenommen. Absolut banger. Vielen Dank an meine Zuschauer für diese wunderbaren, total realistischen Reaktionen. Und ja, ich werde mich jetzt dransetzen und dann in 3-4 Stunden für euch ein weiteres Video haben, in dem wir ganz genau gucken, was ist eigentlich passiert. So. Äh, danke. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?